Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Schaut mal vor was für einem geilen Sonnenuntergang ich gerade stehe. Wenn wir 50 Meter in die Richtung fahren, sind wir im absoluten Nebel und man sieht gar nichts mehr. Aber wenn wir gerade so auf einen Hügel, wir sind jetzt gerade auf einen kleinen Hügel hochgefahren und da sieht man einigermaßen ein bisschen was und sieht den Sonnenuntergang hammergeil. Es ist ein mega geiler Tag zu Ende gegangen. Ich war beim TKD, heißt es glaube ich, bei der Krug Eiche. Trails, äh, Trail King Day heißt es genau. Und das ist immer im Winter an der Krug Eiche oben in Oberstenfeld, wo die Trails von den Trailsurfern sind. Und, ähm, da waren wir heute Fahrradfahren und ich bin die 30 Kilometer Tour, die die Jungs gefahren sind, am Anfang mitgefahren. Ähm, war echt mega cool, aber auch ziemlich anstrengend. Und jetzt geht's für euch auf die GoPro und, ähm, wir sehen uns am Ende vom Video nochmal hier von dem Spot. Und, ähm, bis dahin wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den Trails und ich würde sagen, let's go! Und, ähm, bis dahin wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den Trailsurfern. Und, ähm, bis dahin wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den Trailsurfern. Und, ähm, bis dahin wünsche ich euch jetzt viel Spaß, ob es da war. Oh nein, bis dahin wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den Trailsurern. Und, ähm, bis dahin wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den Trailsurfern und ich wünsche euch ja viel Spaß, wie das euch da macht. Okay, rein, 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 rein. Okay, dann plaudern, du, dann geht noch mal, nennst du da halt rein, Und dann, wenn du da trinkst, dann halt bist du leider ein, heute ist es auf jeden fall übelst slidy es 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 oh shit alter es war einfach nur ein geslide auf zwei rädern Shit man Shit man Oh ja Ah ja Cool Jawohl Ist der Kleider? Ah da Ja jetzt warte ich mal kurz und stehe ich wieder den nächsten im Nacken Das ist mir Ach komm Das bringt doch nichts Ja ja das bringt ja nichts Es ist schwieriger langsam zu fahren Der bombt irgendwo runter Das ist mega cool Aber wenn du hinter einem bist und der ist langsamer als du dann bist du voll raus und es ist schwieriger zu fahren wie wenn du schnell runter fährst Das ist zwei Leute Alter 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 Jetzt bremsen, bremsen Auto Ich bin gerade durch das Matschloch gefahren Schuhe sind minimal nass Jetzt muss ich warten da vorne stehe ich wieder im Stau. Jetzt quietsch mal eine Bremse, weil sie nass ist. Ja, das ist ein Problem bei der großen Gruppe. Ja Leute, also der Tag ist jetzt zu Ende. Es war mega geil und mit so einem Sonnenuntergang den Tag abzuschließen, richtig cool. Ein paar echt coole Leute getroffen und coole Gespräche gehabt und auch echt geile Trails gefahren. Hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank an die Jungs, die das da oben organisiert haben. Nächstes Jahr steht es auf jeden Fall wieder im Kalender, war richtig cool. Und für euch war es das jetzt mit dem Video. Ich hoffe euch hat es gefallen und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Genießt den Sonnenuntergang und bis zum nächsten Mal. Haut rein Leute, macht's gut. Ciao. Vielen Dank.